Wie Sie in Niedrigzinsphasen Ihr Geld gewinnbringend anlegen Dieses Anlegervideo zeigt Ihnen, wie Sie auch in Niedrigzinsphasen Ihr Geld gewinnbringend investieren und vermehren können. Sparen alleine rechnet sich nicht. Sparen alleine rechnet sich schon seit einiger Zeit nicht mehr. Viele Sparer scheuen allerdings noch immer den Weg an die Börse, da sie glauben, das Thema Geldanlage nicht richtig zu verstehen oder weil sie glauben, dass Geldanlegen an der Börse hochriskant ist. In diesem Video erfahren Sie, was mehr als 200 Jahre Kapitalmarktgeschichte bereits gezeigt haben. Investmentfonds sind deutlich weniger riskant, als Sie vielleicht bisher glaubten. Am Ende dieses Videos sind Sie dann in der Lage, die richtigen Schlussfolgerungen für Ihren persönlichen Vermögensaufbau zu ziehen. Die Deutschen sind Sparweltmeister. Die Deutschen haben über 2200 Milliarden Euro in schlecht verzinsten Spareinlagen angelegt. Natürlich sollte jeder eine Reserve für unerwartete Ausgaben haben, aber der Teil des Geldes, der für langjährige Themen wie Vermögensaufbau und Altersvorsorge zurückgelegt wird, sollte auf keinen Fall in konventionelle Sparprodukte fließen, sondern in Lösungen, die die Chancen des Kapitalmarktes optimal nutzen. Denn niedrig verzinste Sparprodukte helfen Ihnen auf keinen Fall, Ihre Sparziele zu erreichen. Ganz im Gegenteil, Sie vernichten Ihr Geld sogar. Mit Mini-Zinsen bleiben Ihre Anlageziele auf der Strecke. Wenn Sie beispielsweise heute 10.000 Euro bei einem gleichbleibenden Zins von 0,5% auf die hohe Kante legen, würde sich Ihr Kapital in sage und schreibe 144 Jahren verdoppelt haben. Sicher können Sie erkennen, dass dieser Anlagehorizont deutlich zu lang und das Sparprodukt für Ihre Ziele nicht unbedingt geeignet ist. Aus diesem Grund sollten Sie lukrativere Möglichkeiten nutzen, um Ihr Geld zu vermehren. An dieser Stelle sollten Sie sich mal die Frage stellen, wie zufrieden Sie eigentlich mit der Entwicklung Ihres eigenen Vermögensaufbaus sind. Inflation – die schleichende Geldvernichtungsmaschine Die meisten Dinge werden immer teurer. Wenn wir die allgemeinen Preiserhöhungen betrachten, spricht man von Inflation. Inflation bedeutet, dass ein Euro in Zukunft weniger wert sein wird als heute. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ihr Erspartes. Und wenn die Zinsen dann niedriger sind als die Inflationsrate, verliert Ihr Erspartes an Wert. An dieser Stelle ist wahrscheinlich jedem klar, dass Sparbuch und Co. ganz und gar nicht zu empfehlen sind, wenn es um ihren Vermögensaufbau geht. Und da die Inflation in den kommenden Jahren voraussichtlich wieder höher sein wird, die Zinsen aber noch länger niedrig bleiben werden, besteht hier echter Handlungsbedarf. Nerven bewahren – die Zeit arbeitet für den Anleger Über 30% der Sparer haben beim Anlegen Angst vor Schwankungen. Klar geht es an der Börse auf und ab, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Nehmen wir mal an, Sie hätten von 1982 bis 2017 einmalig 10.000 Euro in einen Investmentfonds angelegt. Unterm Strich hätte sich das Investment für Sie ausgezahlt. Der Portfoliowert würde sich Ende 2017 auf über 339.000 Euro belaufen. Die Rendite pro Jahr liegt somit bei 10,5% und das, obwohl der Anleger im Betrachtungszeitraum zwischenzeitlich mit erheblichen Rückschlägen zurechtkommen musste. Denn während dieser 35 Jahre wurden die Märkte von einigen Krisen und Schwankungen heimgesucht. Mit diesen Situationen können viele Anleger aber leider nicht umgehen. Das größte Risiko hierbei ist, dass der Investor im schlimmsten Falle kalte Füße bekommt und sein Investment mit hohen Verlusten abstößt. Erholt sich dann der Markt, kann der Anleger nur noch teuer nachkaufen und bleibt auf Teilen der Verluste sitzen. Dieses leider häufig auftretende Szenario sollten Sie auf jeden Fall vermeiden, denn welche Alternative hätten Sie denn? Wenn Sie für den gleichen Zeitraum einmalig 10.000 Euro auf einem Sparbuch angelegt hätten, würden Ihnen nach 35 Jahren sage und schreibe 17.300 Euro zur Verfügung stehen und bei einer Inflationsrate von 1,81% pro Jahr wäre bei dieser Sparform die Geldvernichtung vorprogrammiert. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Je früher man mit dem Vermögensaufbau beginnt, desto besser, denn der Zinseffekt ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor beim Geldanlegen. Wer die Erträge seiner Geldanlage wieder anlegt, anstatt das Geld auf dem Konto liegen zu lassen oder es zu verbrauchen, hat die Chance, deutlich mehr mit seinem Geld zu erreichen. Investmentfonds – was spricht eigentlich dagegen? Mit einem Investmentfonds ist Geldanlegen eigentlich ganz einfach. Als Anleger können Sie kleinere oder größere Beträge anlegen. Regelmäßig oder auch nur einmalig. Für das eingezahlte Geld erhalten die Anleger dann Anteile am Investmentfonds. Der Fonds bündelt dann das Geld der Anleger und investiert es zum Beispiel in Aktien mehrerer Unternehmen. Denn beim Geldanlegen ist die möglichst breite Streuung mit entscheidend für den Anlagerfolg. Wer alles auf eine Karte setzt, kann mit der Entscheidung Glück oder Pech haben. Wer aber breit gestreut anlegt, hat viel bessere Chancen auf eine gute Wertentwicklung und reduziert sein Risiko erheblich. Genau diesem Grundprinzip folgt ein Investmentfonds. Und sollte der Anleger sein Geld unerwartet benötigen, kann er seine Anteile am Investmentfonds zu jeder Zeit einfach wieder verkaufen. Übrigens, sollte die Fondsgesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sind die Anteile der Anleger komplett geschützt. Das ist gesetzlich garantiert. Wie Sie sehen können, sind Investmentfonds eine sehr gute Möglichkeit, Ihr Geld mit einem überschaubaren Risiko anzulegen und trotzdem interessante Renditen zu erzielen. Wenn Sie Ihr Geld vor der Vernichtung schützen wollen, wenn Sie in Zeiten von Nullzinsen von attraktiven Erträgen profitieren möchten, wenn Sie sich ein nachhaltiges Vermögen aufbauen möchten, lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten. Wir finden sicher auch für Sie die richtige Lösung für Ihren Vermögensaufbau. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!